Lohnt sich der IHK-geprüfte Industriefachwirt? In dem Video wirst du von mir erfahren, ob sich der IHK-geprüfte Industriefachwirt lohnt, welche Vorteile du dadurch hast und alles weitere Wichtige, wenn du dich für den Industriefachwirt interessierst. Also wenn du dir jetzt dieses Video anschaust, dann hast du höchstwahrscheinlich auch schon deine Ausbildung abgeschlossen, hast schon das eine oder andere Jahr Berufserfahrung und überlegst dir, weil du jetzt in der Industrie arbeitest, was ist denn der nächste Schritt? Und natürlich hast du die Möglichkeit, weil du schon mal von dem Industriefachwirt gehört hast, dich da weiterzubilden. Du willst praktisch beruflich vorankommen, dich weiterentwickeln und mehr Verantwortung übernehmen und da ist der Industriefachwirt für dich genau das Richtige, weil wenn du in der Industrie arbeitest, dann ist der Industriefachwirt eine Möglichkeit, wie du dich weiterbilden kannst. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du zum Beispiel ein Studium machst, aber mit einem Studium, das dauert ja wieder drei Jahre, da hast du starke Gehaltseinbußen und der Industriefachwirt ist auf dem zweiten Bildungsweg eine Alternative, wo du als Türöffner verwenden kannst, um dich beruflich weiterzuentwickeln. Weil es gibt in Deutschland einen Qualifikationsrahmen, der wird auch DQR abgekürzt. Du kannst es dir so vorstellen, dieser deutsche Qualifikationsrahmen ist so wie eine Art Pyramidensystem mit verschiedenen Stufen und mit verschiedenen Levels. Und das Ganze zeichne ich dir hier jetzt mal auf. Du kannst dir diesen deutschen Qualifikationsrahmen wie so eine Pyramide vorstellen. Da gibt es verschiedene Stufen und wenn du jetzt eine Ausbildung abgeschlossen hast, dann befindest du dich auf dieser Niveau Stufe 4. Wenn du jetzt aber ein Bachelorstudium machst, dann würdest du dich auf dieser Stufe 6 befinden. Die gleiche Stufe kannst du über den Industriefachwirt auch erreichen. Und dadurch hast du praktisch das gleiche Qualifikationslevel wie ein Bachelorstudium und kannst dich so weiterentwickeln und beruflich vorankommen und die Weiterbildung dann halt als Türöffner verwenden. Vor allem, wenn du den Industriefachwirt machst und in der Industrie arbeitest, dient es dann halt auch als Türöffner, weil es ist eine Weiterbildung vor allem in der Industrie. Wenn du so eine Weiterbildung machst, dann hast du sogar die Möglichkeit, das Ganze auch über das Aufstiegs-BAföG fördern zu lassen. Das Ganze funktioniert nämlich so, die Förderung besteht aus zwei Teilen. Das heißt, der erste Teil ist das Aufstiegs-BAföG, das sind nämlich 50%. Und das zweite ist ein KfW-Darlehen, wovon dir aber dann die Hälfte erlassen wird, wo du nicht zurückzahlen musst. Das heißt, du hast dann am Ende nur so einen Eigenanteil von 25%. Das heißt, wenn du dich weiterbilden willst, dann dient so eine Weiterbildung als Türöffner, du kannst mehr Verantwortung übernehmen, du bist auch qualifiziert als Führungskraft zu arbeiten und die Kursgebühren kannst du dann sogar zu 100% fördern lassen. Das heißt, 50% Aufstiegs-BAföG, 50% ist ein KfW-Darlehen, wobei das KfW-Darlehen wird dir dann zur Hälfte erlassen bei bestandener Prüfung und das Aufstiegs-BAföG musst du nicht mal zurückbezahlen. Das heißt, du hast am Ende nur so einen Eigenanteil von 25%. Und wenn du so eine Weiterbildung gemacht hast, dann hast du die für den Rest deines Lebens und das kann dir keiner mehr nehmen. Und wenn du das einmal gemacht hast, hast du das und profitierst langfristig davon. Ja, weil wenn du praktisch als Führungskraft dann später arbeitest, musst du die Qualifikation haben, mehr Verantwortung zu übernehmen und betriebswirtschaftliche Inhalte zu verstehen und anzuwenden und das lernst du halt hier auf dieser Niveaustufe 6. Und deshalb ist dieser Industriefachwirt halt auch auf derselben Niveaustufe und da bist du dann qualifiziert halt auch als Führungskraft zu arbeiten. Und wie funktioniert der Industriefachwirt? Der Industriefachwirt ist praktisch so aufgebaut, du hast einen Prüfungsteil, das ist der erste, das ist die wirtschaftsbezogene Qualifikation und danach hast du nochmal einen zweiten Prüfungsteil mit der handlungsspezifischen Qualifikation. Ja, das heißt, du schreibst praktisch den ersten Prüfungsteil, bereitest dich da drauf vor, schreibst die Prüfung und danach hast du nochmal den zweiten Teil, diesen handlungsspezifischen Teil und dann hast du noch eine kleine Präsentation und bist dann Industriefachwirt. Was ist jetzt wichtig bei dieser Weiterbildung? Wenn du diese Weiterbildung machst, dann hast du die Möglichkeit, verschiedene Durchführungsformen wahrzunehmen. Das heißt, du kannst einen Präsenzkurs machen, du kannst es online machen, du kannst über einen mediengestützten Kurs machen, da gibt es verschiedene Formen. Wichtig, online heißt nicht immer Videokurs, das verwechseln viele. Was wichtig ist bei deiner Weiterbildung dann, wenn du dich entscheidest, das Ganze zu machen, dass du einen Lehrgang hast, wo du jederzeit starten kannst, weil umso schneller du startest, desto früher bist du fertig, desto früher verdienst du mehr Gehalt, kannst du betriebswirtschaftlichen Inhalte anwenden, weil jedes Unternehmen möchte natürlich auch Gewinne machen und dazu muss es dann natürlich auch die richtigen Mitarbeiter haben und umso mehr Verantwortung du in einem Betrieb wahrnimmst, desto mehr Gehalt verdienst du dann halt auch. Und deshalb ist es wichtig, dass du die Weiterbildung halt auch bestehst und einen Lehrgang hast, wo du jederzeit starten kannst und wo du die richtige Betreuung bekommst. Und du kannst es dir so vorstellen, wenn du diesen Industriefachwirt machst, dann hast du eine Klasse mit unterschiedlichen Leuten, wo jeder zum Beispiel einen anderen Wissensstand hat, zum Beispiel durch die Ausbildung oder die Berufserfahrung. Du kannst es dir so vorstellen wie so einen Klassenraum, da gibt es einer, der hat vielleicht Fachkraft für Lagerlogistik gelernt, der andere hat irgendwie, arbeitet im Controlling, hat eine kaufmännische Ausbildung als Bürokaufmann, der andere hat Industriekaufmann gelernt. Da gibt es einfach ganz viele Leute, die haben unterschiedliche Ausbildungsberufe und unterschiedliche Berufserfahrungen. Das heißt, jeder hat einen unterschiedlichen Wissensstand und alle haben irgendwo hier so eine Startposition und wollen dann hier die Weiterbildung bestehen und müssen dann hier runter. Und wenn du einen normalen Präsenzkurs machst, dann kann es halt sein, dass in dieser Konstellation mit den unterschiedlichen Erfahrungen du halt einfach abgehängt wirst, weil praktisch es halt Leute gibt, die die Inhalte schneller verstehen aufgrund von ihrer Erfahrung und die werden dann halt ganz schnell abgeholt. Aber wenn du hier oben bist bei manchen Themen, kommst du nicht richtig mit. Und der Stoff geht dann einfach weiter. Aus dem Grund ist es ganz wichtig, dass du ein Lernkonzept hast, was aus praktischer Erfahrung entwickelt worden ist, wo du ganz genau abgeholt wirst, da wo du es brauchst. Du kannst es dir Ganze so vorstellen, wir haben praktisch in unseren Kursen jedes Fach in Module eingeteilt. Das heißt, das ist jetzt einfach mal so ein Fach und wir haben jedes Fach in Module eingeteilt, das es logisch aufbaut. Also nach dem Thema A kommt das Thema B, nach dem Thema B kommt das Thema C und nach dem Thema C kommt das Thema D. Und was wir machen ist, wir vermitteln dir die Inhalte leicht und verständlich und danach übst du dieses Thema. Du übst danach nur das Thema A, indem du zum Beispiel Übungsaufgaben machst, wo man sich an alten Prüfungsaufgaben auch orientiert, die eh nicht aufgebaut sind und dass du das direkt danach anwenden kannst. Und das Besondere ist, bei unserem mediengestützten Kurs, die Übungsaufgaben, die du auf unserer Lernplattform hochlädst, die werden von unseren Lehrkräften kontrolliert und sie geben dir richtig modernen Feedback über aufgenommene Videos nur für dich. Dass du ganz genau weißt, wo deine Stärken, wo deine Schwächen sind und so gehst du ganz strukturiert durch die einzelnen Themenfelder durch und deshalb ist eine Weiterbildung auch extrem einfach. Wir geben dir darauf sogar eine Erfolgsgarantie, dass wir dich so lange betreuen, bis du auch auf dieser Stufe bist und dein Ziel erreicht hast. Das heißt, du hast immer einen Ansprechpartner, du kannst mediengestützt die ganzen Kurse abarbeiten und hast praktisch bei uns auch, ich sag mal, wenn du 10, 20 Minuten am Tag in die Arbeit fährst, bekommst du Hörbücher bereitgestellt mit einer Audiodateillänge von 5 bis 10 Minuten, wo du die Lerninhalte dir jedes Mal anhören kannst und dir zusätzlich Zeit sparst. Und so gehst du einfach ganz strukturiert durch und das ist halt der einfachste und kürzeste Weg, dich da auf diese Niveaustufe weiterzubilden. Natürlich musst du bei so einer Weiterbildung was machen, du bekommst das nicht geschenkt, aber wenn du halt in so einer Konstellation die Weiterbildung machst, wo du keine individuelle Unterstützung bekommst und halt aufgrund von anderen Erfahrungen oder anderen Schülern, die andere Erfahrungen mitbringen, abgehängt wirst, dann kann so eine Weiterbildung extrem schwierig sein, weil es befindet sich auf der Niveaustufe 6, du musst dafür was machen, aber mit unserem Lernkonzept fühlen wir dich ganz strukturiert durch, dass du praktisch diese Bildungsstufe 6 erreichst, auf das Bachelor-Niveau aufsteigst, langfristig davon profitieren kannst, mehr Verantwortung übernimmst und praktisch dann auch mehr Gehalt verdienst. Und das Ganze wird halt auch gefördert vom Staat. Warum? Der Staat profitiert davon auch, weil wenn der Staat dir die Weiterbildung fördert, dann verdienst du langfristig mehr Gehalt, dann hat der Staat natürlich auch wieder mehr Steuereinnahmen durch dich und bekommt es langfristig natürlich auch wieder zurück. Deshalb ist es eine Win-Win-Situation und aus dem Grund wird das Ganze auch gefördert. Und um jetzt die Frage zu klären, lohnt sich der Industriefachwirt? Meiner Meinung nach, wenn du eine Ausbildung abgeschlossen hast und in der Industrie arbeitest und dich weiterentwickeln willst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, weil wenn du diese Weiterbildung einmal gemacht hast, dann profitierst du für den Rest deines Lebens und keiner kann dir das mehr nehmen, den Titel. Vor allem, du hast später ganz viele Vorteile, wenn du dich neu bewirbst, sei es intern oder extern, weil du durch diese Weiterbildung qualifiziert hast und gezeigt hast anhand von einem Zertifikat, dass du halt auch Kompetenzen und Verantwortung übernehmen kannst, dich neue Dinge reinarbeiten kannst und dadurch bist du halt auch viel attraktiver auf dem Arbeitsmarkt und viel flexibler einsetzbar. Ich hoffe, das Video hat dir jetzt gefallen und du hast einen kleinen Einblick bekommen. Wenn du dich auch für den Industriefachwirt interessierst, dann klick einfach unterhalb von dem Video auf unsere Webseite vom Digitalen Weiterbildungsinstitut, weil wir sind zertifizierter Bildungsträger und wir können dich sicher erfolgreich weiterbilden. Wenn du herausfinden willst, ob eine Zusammenarbeit grundsätzlich passt, dann klick jetzt auf unsere Webseite unterhalb von dem Video und trag dich für ein kostenloses Erstgespräch ein. Einer aus unserem Team wird dich dann anrufen und mit dir Kontakt aufnehmen, über deine Situation sprechen und herausfinden, ob und wie wir dir auch erfolgreich bei deiner Weiterbildung helfen können. Bis dahin, dein Patrick.